Dieses Video soll jetzt nicht sein mit haha ich hab den getent oder sowas, guck mal hin, das soll einfach nur ein kleiner One-Clip sein und geht wieder auf gar keinen Fall so Misha zum Kanal und sagt haha du wurdest getent oder sowas weil Misha und allgemein Deuss hat ziemlich korrekt reagiert danach haben ganz normal die G geschrieben, alles auch wenn es natürlich ein 3 vs 4 war dass sie nur noch zu dritt war das war natürlich auch ein größerer Faktor davon, aber geht jetzt nicht rüber und sagt haha du wurdest zerfickt oder sowas und lass sowas einfach die was hat korrekt reagiert am Ende und das sollte halt einfach nur so ein kleiner One-Clip sein so ein EP One-Clip und das soll jetzt nicht so sein ja guck mal wie ich den gebuttert habe oder sowas also ja das bitte einmal im Voraus ready to let go ready to let go ready to let go ready to let go myself to the night there's no motive we're just listening we're existing Bis zum nächsten Mal.